Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Felix und ich bin dein Coach für das Thema Kulturtechnik-Integration. In den nächsten Videos werden wir sehr viel mit dem Arbeitsblatt Kulturtechnik-Integration arbeiten. Das findest du auf unserer Webseite und ich möchte, dass du es in den nächsten Videos dann griffbereit hältst. Woran denken wir, wenn wir nach der Schule über das Thema Integration im Zusammenhang mit Mathematik nachdenken? Sicher vielen fällt ein, das war ja das mit den Flächen unter den Kurven. Einige andere erinnern sich vielleicht noch an das Berechnen vom Volumen eines Rotationskörpers, der entsteht, wenn wir einen Funktionsgrafen um eine Achse rotieren lassen. Einige andere erinnern sich vielleicht sogar noch an das Berechnen der Bogenlänge eines Funktionsgrafen in einem Intervall. Und sicher viele erinnern sich noch an das Ermitteln von Stammfunktionen, was oft gar so kompliziert war oder zumindest auf den ersten Blick so ausgesehen hat. Das und noch viel mehr sind wichtige und interessante Aspekte im Zusammenhang mit diesem Thema. In diesem Videolernzyklus möchte ich aber einen Schritt zurückgehen. Einen Schritt zurück zu den grundlegenden Ideen dieser Kulturtechnik-Integration und vorerst einmal weg von den Anwendungen im Zusammenhang mit Funktionen und ihren Grafen. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Kulturtechnik-Integration spreche? Integration ist etwas, das hat sich die Menschheit erarbeitet und über Jahrtausende weiterentwickelt. Schon Archimedes, und der lebte vor deutlich mehr als 2000 Jahren, konnte bereits integrieren. Für ihn hatte das auch nichts mit Funktionen und ihren Grafen zu tun. Wenn wir so mit ihm darüber sprechen würden, dann hätte er wahrscheinlich keine Ahnung, wovon wir reden. Natürlich hat sich Integration seitdem weiterentwickelt und ist mittlerweile hochentwickelt und raffiniert. Die wichtigen Grundideen davon sind heutzutage zu einem großen Teil völlig selbstverständlich geworden. Wir dürfen aber nicht vergessen, es sind große Errungenschaften, denn die Entwicklung von so etwas wie Integration ist ein wichtiger Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sich die grundlegenden Ideen an vielen Orten der Welt in unterschiedlichen Kulturen unabhängig voneinander entwickelt haben. Also offensichtlich ist Integration etwas, was man als Kultur braucht, um fortschreiten zu können. Würden Aliens zu uns in einem Ufo auf die Erde kommen, Sie würden so etwas wie Integration auch kennen, sonst würde das nämlich nichts werden mit dem Ufo. Machen wir nun gemeinsam einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Aber nicht ins Antike Griechenland, zumindest noch nicht, sondern zunächst einfach einmal zurück in die Volksschule. Als Kinder haben wir gelernt, wie wir den Flächeninhalt von Rechtecken berechnen können, indem wir kleine Quadrate mit Seitenlänge 1 cm hineinlegen, bis es voll ist. Das probieren wir jetzt einfach noch einmal aus. Wir haben hier so ein kleines Quadrat mit Seitenlänge 1 cm. Dann können wir sagen, der Flächeninhalt dieses kleinen Quadrates beträgt einen Quadratzentimeter. Jetzt können wir dieses kleine Quadrat in dieses größere Quadrat hineinlegen und sehen, es passt viermal hinein. Also können wir sagen, das größere Quadrat hat einen Flächeninhalt von vier Quadratzentimetern. Wenn wir nun dieses Rechteck hier betrachten, können wir das gleiche wieder machen. Es passt genau sechsmal hinein. Also können wir sagen, dieses Rechteck hat einen Flächeninhalt von sechs Quadratzentimetern. Soweit, so gut. Was machen wir jetzt mit diesem Rechteck hier? Hier passen vier kleine Quadrate perfekt hinein und dann aber nur noch zwei halbe. Dann können wir sagen, okay, der Flächeninhalt dieses Rechtecks beträgt vier ganze und zwei halbe Quadratzentimeter, also insgesamt fünf Quadratzentimeter oder wir gehen überhaupt gleich systematischer vor und zerlegen unseren kleinen Quadratzentimeter, also unser kleines Quadrat in zum Beispiel vier gleiche Teile und können sagen, okay, ein Quadratzentimeter sind ja vier Viertel Quadratzentimeter und nun können wir diese kleinen Quadrate in das Rechteck hineinlegen und stellen fest, das sind 20 mal ein Viertel Quadratzentimeter. Die Grundidee ist also, wir können das immer weiter verfeinern. Üblicherweise verfeinern wir nicht, indem wir den Quadratzentimeter in vier gleiche Teile teilen. Wir sind normalerweise etwas radikaler und teilen es gleich in hundert gleiche Teile und nennen dann einen so kleinen Teil, also ein Hundertstel Quadratzentimeter, einen Quadrat Millimeter, denn so ein Hundertstel wäre dann genau ein Quadrat mit Seitenlänge ein Millimeter. Das ist jetzt alles nichts Neues, das sind lauter Dinge, die wir schon als kleine Kinder lernen, aber darin spiegeln sich wichtige Ideen, die wir in diesem Videolernzyklus ständig brauchen werden. Wie sollen wir jetzt mit beliebigen Figuren vorgehen, also zum Beispiel mit Figuren, die aussehen wie eine Kartoffel? Wir könnten versuchen, diese Kartoffel mit kleinen Quadraten vollzustopfen und die dann abzuzählen. Wir können auch etwas systematischer vorgehen und uns einen Raster aus kleinen Quadraten basteln und den drüberlegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Blatt Papier so eine Kartoffel haben, dann können wir deren Flächeninhalt zumindest gut abschätzen, indem wir diesen Zettel nehmen, ihn ans Fenster halten, dann ein kariertes Stück Papier nehmen, das darauf legen und schon haben wir einen Raster, bei dem wir jetzt Quadrate abzählen können. Wenn wir jetzt als erstes einmal alle Quadrate abzählen, die vollständig innerhalb der Kartoffel liegen, so erhalten wir zwar nicht den tatsächlichen Flächeninhalt der Kartoffel, aber eine gute Abschätzung von unten. Also wir wissen dann, der Flächeninhalt der Kartoffel ist dann mindestens so groß. Die Summe der Quadrate, die innerhalb der Figur liegen, die bezeichnen wir ab jetzt mit U. Den tatsächlichen Flächeninhalt bezeichnen wir wie üblich mit A, wobei, Achtung, der tatsächliche Flächeninhalt ist jetzt hier gemessen in solchen Quadraten. Wir können jetzt festhalten, U ist kleiner gleich A, denn A ist mindestens so groß wie U. U ist eine Abschätzung von unten. Wir wollen das Ganze jetzt von oben auch noch abschätzen. Wir wollen jetzt noch etwas finden, sodass wir sagen können, der Flächeninhalt ist höchstens so groß und das soll eine möglichst gute Abschätzung sein. Deshalb werden wir jetzt alle Quadrate zählen, die wir brauchen, damit wir die Figur gerade noch vollständig mit Quadraten überdecken. Die Summe solcher Quadrate, die wir dafür brauchen, die bezeichnen wir ab jetzt mit O. Und wir können festhalten, A ist kleiner gleich O, denn O ist jetzt eine Abschätzung von oben und wir können sagen, der Flächeninhalt der Figur ist höchstens so groß. Jetzt haben wir ohne viel Aufwand und eigentlich mit Methoden aus der Volksschule einen Weg gefunden, unseren tatsächlichen Flächeninhalt zumindest einmal relativ gut von unten und oben abzuschätzen. Und damit sind wir jetzt aber eigentlich schon mitten im Thema Integration, denn Integration bedeutet beliebig genau von unten und oben abschätzen. Die Genauigkeit können wir erhöhen, indem wir, und das haben wir eigentlich auch sogar schon besprochen, den Raster einfach immer weiter verfeinern. Darüber werden wir in diesem Videolernzyklus aber noch viel sprechen. Jetzt zum Abschluss noch ein paar wichtige Überlegungen. Wir haben hier zwei Figuren, ein rotes Quadrat und ein violettes Rechteck. Das rote Quadrat hat Flächeninhalt A1 und das violette Rechteck hat Flächeninhalt A2. Und wenn wir das Ganze genau anschauen, könnten wir feststellen, A1 ist kleiner als A2. Das ist für uns irgendwie intuitiv klar, wir haben das sogar auch schon verwendet, ist aber eigentlich nicht selbstverständlich. Etwas zweites, was nicht ganz selbstverständlich ist, ist, wenn wir hier jetzt noch ein grünes Rechteck hinzeichnen und dann das violette und das grüne Rechteck genau anschauen, dann könnten wir zu dem Schluss kommen, naja, die Flächeninhalte dieser Rechtecke sind gleich groß. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir können Flächen der Größe nach ordnen. Das wirkt für uns völlig selbstverständlich, ist es aber nicht und es ist wichtig, es hier noch einmal zu erwähnen. Etwas zweites, was für uns völlig selbstverständlich ist, aber eine wichtige grundlegende Überlegung ist, ist, dass wenn wir eine Figur haben mit Flächeninhalt, hier A4, dann ändert sich dieser Flächeninhalt nicht, wenn ich die Figur darüber schiebe. Er ändert sich auch nicht, wenn ich die Figur verdrehe und er ändert sich auch nicht, wenn ich die Figur spiegle. Er würde sich auch nicht ändern, wenn ich alle drei Dinge auf einmal machen würde und dann noch einmal drehen. Das bedeutet, zusammenfassend können wir sagen, wir können Flächen der Größe nach ordnen und drehen, verschieben und spiegeln ändert nichts am Flächeninhalt. Für die Profis kann man diese zweite Überlegung noch ein bisschen umformulieren und zwar, kongruente Figuren haben denselben Flächeninhalt, denn zwei Figuren sind ja dann kongruent oder deckungsgleich, wenn man sie durch drehen, verschieben und spiegeln genau ineinander überführen kann. Worüber möchte ich jetzt in diesem Videolernzyklus eigentlich sprechen? Was meine ich mit Integration? Was haben solche kartoffelförmigen Figuren jetzt mit Funktionsgrafen zu tun? Auf den ersten Blick nicht zu viel, aber wenn wir uns die Sache noch ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, die Strategien, die wir für die Kartoffel verwendet haben, können wir für die Fläche unter dem Funktionsgrafen genauso verwenden. Wir verwenden dann halt beliebig große Rechtecke statt Quadrate, aber das ist eigentlich egal, mit Rechtecken können wir so oder so gut umgehen. Und auch bei den Funktionsgrafen können wir eine gute Abschätzung von unten finden auf diesem Wege und eine gute Abschätzung von oben. Und die Strategie ist ebenfalls genau die gleiche. Also, um die Frage noch einmal zu beantworten, was meine ich mit Integration? Damit meine ich beliebig genau von unten und oben abschätzen. Das funktioniert für Kartoffeln, für Flächen unter Funktionsgrafen und für viele andere Dinge auch. Und jetzt werde ich das nochmal bei euch absolvieren, sch llegar zu können. Vielen Dank.